Schlaflose Nächte im neuen Haus Influencerin Carmen Kroll, 29, die im Netz wohl eher unter ihrem Usernamen Karmuschka bekannt ist, hat sich mit ihrem Mann Niklas einen absoluten Lebenstraum erfüllt, die beiden haben sich ein Haus gekauft. Seit kurzem lebt die kleine Familie in ihren eigenen vier Wänden, doch Füße hochlegen und entspannen ist aktuell noch nicht drin. Das Stadthaus in Köln ist noch lange nicht komplett eingerichtet und vor allem eine Sache raubte der Netzbekanntheit kürzlich den Schlaf. Was da genau los war, verrät Carmen im Video. Karmuschka packt selbst mit an. Carmen teilt viele private Momente mit ihren Fans im Netz und so lässt sie die Community natürlich auch an ihrem Umzug und den Einrichtungsfortschritten teilhaben. Um das Haus, das gleich über mehrere Stockwerke verfügt, wohnlich zu machen, setzt die Mama einer kleinen Tochter auf die Hilfe einer Einrichtungsexpertin. Dennoch packt sie auch selbst mit an und verpasst unter anderem Regalen den letzten Feinschliff. Jetzt machen wir die Grundierung. Und dann streichen wir morgen, das muss erst einmal trocknen. Oh, das wird Spaß machen, hält die das perfekte Dinner-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story grinsend fest. Na dann noch frohes Schaffen!